In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt, nur ein paar Jugendliche sind frustriert, wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die drogste Tag. In kleinen Bannen sammeln sie sich und gehen gemeinsam auf die Jahr. Und hey, hier kommt alles, Vorhang auf für seine Horrorshow. Und hey, hier kommt alles, Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Ein Kreuzzug gegen die Ordnung und die scheinbar heile Welt. Zelebrieren sie die Zerstörung, Gewalt und Brutalität. Als wenn sie ihre Opfer leiden sehen, spüren sie Befriedigung. Es gibt nichts mehr, was sie jetzt auffällt, in ihrer gnadenlosen Wut. Und hey, hier kommt alles, Vorhang auf für seine Horrorshow. Und hey, hier kommt alles, Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Zwanzig gegen einen, bis das Blut zum Vorschein kommt. Ob mit Stocken oder Steinen, irgendwann platzt jeder Korb. Das nächste Opfer ist schon dran, wenn du den lieben Gott noch fragst. Warum hast du nichts getan, nichts getan? Und hey, hier kommt alles, Vorhang auf für seine Horrorshow. Und hey, hier kommt alles, Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Vielen Dank. Vielen Dank.